Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich bin heute im wunderschönen Euschkirchen unterwegs. Ich habe gedacht, ich muss mal wieder ein Video für euch machen. Ich habe mal wieder ein paar nicht ganz so alltägliche Schuhe ausgesucht. Ja, das Wetter ist vielleicht nicht das optimalste, aber richtig kalt ist es nicht. Dann bin ich oben rum, was wäre mal angezogen, das kompensiert dann wieder die Füße ein bisschen. So, ich würde sagen, wir gehen mal los. Ich stehe hier eine halbe Stunde an der Ampe. Ich stehe hier eine halbe Stunde an der Ampe. Ich stehe hier ein bisschen, das ist eine halbe Stunde. At?? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ich hoffe, ihr seid wärmer angezogen als ich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald!